Die Headshots fühlen sich einfach immer noch am Besten an. Ja, oder die Deagle-One-Taps. Ja, ja. Sind schon feine. Ich finde, der Scout ist schon sehr befriedigend. Ja, wie jeder Headshot, der macht einfach gut. Ja, ok. Ah, schön. Das ist Pit. Ah, der hat ja P2.000 gekettet. Ah, fuck. Fick dich. Er hat mal einen Pit in links. Durch meine Blödelei hat er jetzt hier gemeint, ich bin wieder auf den Job verschworen. Ah, ey. Guck mal, der alte P2.000, ey. Oh, ey. Der Mover steckt wieder Kopf und Füß gebrochen, oder? Ja, der Karstner guckt. So, ich droppe da. Jetzt will das. Oh, ist er droppt? Boah, die nimmt mich. Boah, die nimmt mich. Oh, ist er. Oh, ist er lang. Na, passt. Ich blende mich. Blende einfach. Boah. Ah, ich wollte die Job, oder? Ah, schlup, 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 schlup. Wie viel hat er mal geschossen? Ohne ist Graveyard. Okay, passt. Dann... So, wie da sind wir denn hole? Wäre aber geil, wenn der Kleradau auf Schock machst, vielleicht oder so. Ohne ist auf Schock, los mit ner Schock. Ohne wäre Schock, kein Schock. Ich wollte nicht in nem Vorzeig den da blöber hin. Oh ja. Wo ist es? Ja, ne, ist frech für das, dass er kein Kit hat. Der voll geil. Der kriegt schon noch. Boah. Ah, der ist close schon. Schock. Ich hab's gefusst. Das ist eigentlich... Schock, König. Das ist eigentlich meine Schwanz- und Fotzen-Taktik da. Mit der Schotti da durch Smog. Guck mal. Die wollte mich grad am Ding, am Molli in Kitower. Guck mal. 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 Schnappen wir jetzt den Schott und Taylor lieber die Bombe. Nein, er ist hinter Mercury gesehen. Ich weiß nicht, wie lange ich war, dass er einen Push gab mit so einer Flashback. Oh ja. Na, wird schon wieder gesehen. Der ist gerade hinter mir. Ich mache jetzt noch eine richtige Runde und den Kopf. Ich weiß nicht, dass wir vielleicht noch einen Fett haben. Ich weiß nicht. 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 Ich habe mich gerade ein wenig verschreckt. Der Zwilling. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe den Autopumpen gekauft. Schott. Nein, hast du wieder umgedreht? Oh nein, Schott. Nein, beide. Beide Schott. Boah, wie viel. Hier kommt es. Okay, jetzt ist er. Schade. Genau hinter dem LKW. Ja, ja. 20 und 33. Ja, wir haben 43 im Dreieck, aber. So. Es tut mir leid, okay. Ich muss jetzt Autoschotten kaufen. Okay. Ja. Ohne Kiffle. Ich hoffe, sie rushen mich nicht schade. Ja, dann, er hat den Deagle. Ohne. Ohne Mitte. Ohne Beste bei mir in der App. Hast du die Mitte? Ja, ja. Okay, passt. Ich muss jetzt entweder über den Balcony kommen oder die Hose drunter. Ich war nervös und habe schon geschossen, weil ich seine Waffe sah. Der Typ ist durch die Apps geschlagen mit dem Messer. Da haben. No, no. Richtig gut. Der Mann, dann habe ich 100 in 7. Ich habe eine Bombe und K. Der Mann. Der Mann. zu mir gelaufen. Ich glaube, er hätte einfach nicht stehen sollen. Mhm. Aber da fehlen mir einfach die Balls dann. Schick. Das hat er nichts für die gekauft. Nein, über Flashbang vor Ort gekauft. Dann kommt Platz mit Kett für Mini-Smoke. Mit Schot oder Dinko? Ich erwartet nur, dass die Apps wieder pushen. Und siehst du voll durch? Ich bin in der Ahnung, wo der ist. Oh, Apps bei mir. Ah, das habe ich vergessen. Ah, war einer Short. Andere vermutlich apps. Der war tendenziell shit. Ah, okay. Jalil ist halt einfach fest. Nein. Ja, mit der M4 hätte es kommen. Wir haben einfach keinen AK springen. Der andere hat halt auch wieder drei Kills. Das ist wieder einer. Ach komm, ey. Verkack doch so. Wie kann man mit dem Autoshock ganz so verkacken? Auf Close Range. Oh. Oh, go tight, König. Hast du auch noch die zehn Kills geholt? Jetzt findest du Bomber nicht mehr. hyperre decisions… So, einfach ruck mal critic, wie ich mir renn muss. Das ist ja der smoking. Der Wochenbonus 405 Untertitelung des ZDF, 2020